Richard Ziesler ist Volksschullehrer, ist einer, den ich mir für meinen Sohn, der wird bald fünf Jahre alt, wünschen würde. Er ist hier, er zeigt Gesicht und etwas Wichtiges muss uns bewusst sein. Die WHO gibt auch seitenlange Schreiben heraus, wie Sexualinformation für Kinder und Jugendliche auszusehen hat. Und wenn man sich das einmal näher anschaut, das ist fürchterlich. Und da haben sich mutige Pädagogen dahinter geklemmt, dieses Werk durchzulesen. Es gab einen offenen Brief, es gab eine Petition. Und Richard ist jetzt so nett, bevor er zum Sporttraining mit den Kids weiter muss, uns hier Auszüge vorzulesen. Ein Riesenapplaus für diesen mutigen Lehrer und für alle Lehrer da draußen, die Gesicht zeigen. Hello all over the world! Es ist mir eine Herzenssache und eine große Ehre, hier vor diesem tollen Rahmen die Anliegen der Kinder vertreten zu dürfen. Es haben diese mutigen Pädagogen aus dem elementaren Pflichtschulbereich einen offenen Brief verfasst, der sich eben mit dem Thema auseinandersetzt, was hier an Vorgaben für die Sexualkundeerziehung in den Kindergärten und Schulen geplant ist. Und dieser Brief hat einen folgenden Einleitungssatz. Das Kindeswohl hat laut österreichischer Verfassung, laut EU-Charta und laut UN-Kinderrechtskonvention Vorrang aus Prinzip. Und genau diesem Prinzip widersprechen zum Beispiel der nagelneue Leitfaden zur Erstellung eines schulisch-sexualpädagogischen Konzeptes des österreichischen Bildungsministeriums. Die neuen Lehrpläne ab 2023, 2024 und vor allem die Standards für Sexualaufklärung in Europa der WHO, wo unter anderem als Bildungsziel für Kindergarten- und Schulanfänger die Anleitung zur frühkindlicher Masturbation, zur Deutsch-Selbstbefriedigung angeführt wird. In dem offenen Brief wünschen sich alle Unterzeichner vor allem eine sorgfältige Begutachtung der externen sexualpädagogischen Vereine, die die Schulen besuchen. Weiters eine Überarbeitung aller Erlässe und vom Ministerium geförderten Servicestellen und deren Publikationen, zum Beispiel das berühmt, fast schon berüchtete GIF, sowie auf die Inhalte der Lehrerfortbildung. Das alles muss im Sinne der Kinder überarbeitet werden. Die schwierigste Sache dabei ist, dass in diesen ganzen Publikationen eine Prämisse heißt, dass das Kind als sexuelles Wesen gesehen wird. Und damit wird eine Entgrenzung zwischen Erwachsenen- und Kindersexualität durchgeführt. Und Kinder werden in bestimmten sexuellen Belangen wie kleine Erwachsene behandelt. Und gerade im sensiblen Bereich der Sexualpädagogik muss neben der Einbeziehung der Eltern als Haupterziehende ein Schutzraum der sexuellen Sphäre beachtet werden und die natürliche Schamgrenze der Kinder und Jugendlichen geachtet werden, um entwicklungs- und altersgerecht vorzugehen. Ebenso sind die Diversitätsthemen, die ja momentan sehr groß in der Gegend kursieren, im Sinne der Kinder hier nicht überbordend einzubringen. Und es muss gewährleistet sein, dass Kinder und Jugendliche weder einem ideologischen, noch einem politischen, noch einem wirtschaftlichen Zweck dienen. Mir fällt dazu ein Schlusssatz ein, der stammt von meinem Herzbruder Michael Seider, aus seinem Lied Gerechtigkeit. Die Welt ist nicht fair, wir haben nicht viel Zeit, trotzdem glaube ich an Gerechtigkeit. Und in diesem Sinne, ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam als Eltern und Verwandte, sowie als Lehrpersonen, es schaffen werden, unsere Kinder vor diesen verwerflichen Tendenzen zu schützen und diese von ihnen abzuwenden. Danke. Dankeschön. Danke, Richard. Danke. 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 Vielen Dank.